Herzlich Willkommen zum Ibrahimovic Kauf. Ja, dann, ich muss jetzt mal, wo ist der? Ich brauche ihn gar nicht, ja, ist der John da im Team, Spieler suchen, ja, Ibrahimovic, habe ich dir noch nicht gekauft, ich sage einfach mal. Ich gebe ihm 70, nur 60, zu viel, 50, ich gebe ihm 40, wie viele, wie viele, ich gebe ihm 46.000, 46.000, 46.000, 300. Ja, also, ich habe das Angebot gesendet, jetzt sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.